So Leute, ich habe jetzt keine Pause gemacht, ich habe direkt weiter gemacht. Ich habe mich oben, also ich glaube, ich habe mich nur runtergehalten. Ich habe mich runtergefallen, das sieht man an meinen Lebenspunkten. Ich nutze kein Medipack. Ich habe auch die geile Hilfe geöffnet, muss ich euch zeigen. Die Hilfe, also... Ich glaube, die Steinplatte könnte ein Teil einer größeren Struktur sein. Ich sollte auf dem Ballspielplatz ein Steingebilde suchen, dem diese Platte fehlt. Ah, ich wurde zusammengetreten. Oh mein Gott. Ouch. Auf jeden Fall. Die ganzen Versuche wurden, die waren so umsonst. Weil ich von denen hätte machen können. Okay. Ja, rollst du dem rüber. Ey, geil. Ey, wie geil ist das denn, ne? Die suchen mich, ich schmeiße mir die Granate dahin und da hängt die an dem und da will der um sein Leben rollen und schickt ihn auch noch in den Zonen. Das war dafür, dass du mich vor den Tod getreten hast. Bitch. Die Idee. Kann sein, dass die Pistole mächtiger ist als das Ding hier. Ey, das geht doch gar nicht. Wo ist der andere? Warte. Wir machen den Waffenexperimentstest. Das ist ein vierter Klon. Wo bist du? Komm her. Wo ist der? Ernsthaft? Wo ist der hin? Nee, sag bloß, der ist tot. Nee, das ist der andere nicht erschossen. Aber wo ist Klon Nummer vier? Ich habe aber vier Typen hier gesehen, oder? Da irre ich mich. Hä? Ach, egal. Den werden die Pumas schon fressen, also. Den kriegen, die kriegen den schon. Und ich kann durch den Gestein springen. Das ist auch interessant. So. Rennen wir hier weg. Ich weiß noch, wo ich hier ankam. Und dann haben dann ganz viele Types gegen zwei Pumas gekämpft. Seid interessant aus. Also die drei Seiten gekämpft haben. Eigentlich ist es mich interessant. Überall könnten die Typen wieder Klone sein. Oh, mein Motorrad. Haben wir jetzt hier stehen lassen. Ja. Na ja, aber wie das halt so weit bösewicht ist. Ja. Wo wollen denn? Moment, wo muss ich überhaupt hin? Okay, nein, nicht da. Aber ich glaube, ich muss diesen Majak-Verlindern-Dingspunktes. Hennen. Ich muss einfach mal eine Straße wieder. Äh. Das ist cool. Ich bin hier unten hingekommen. Wie auch immer. Das ist interessant. Und außerdem, als ich hier angekommen bin, ist es in Wurm. Okay, nach längerer Pause wieder da mit Stargast Miss Failness. Hör auf, mein Zimmer auseinanderzunehmen. Ernsthaft? Hör auf damit. Bitte. Ja? Okay, wir waren gerade essen. Lach nicht. Und ich weiß nicht, wohin. Ähm. Wir sind jetzt in diesem Spallspiel. Kugel. Ich hab nie das Gefühl. Fack mich nicht mehr oben. Ich hab nie das Gefühl. So. Der Kranzen-Kurva steht da hinten. Nein. Ich bin hier so gerastet. Ach, das ist wieder so eine Kacke hier. Guckt ihr das an. Stufen rutsch runter. Ja, ja, ja. Kantige Stufen darunter rutschen. Also ich erinnere mich da an so eine Fernsehsendung, wo diese Clips laufen, wo dieser Junge mit dem Gesicht strontor rutschen. Ja, ja. Ach, epische Szenen. Ich komm hier mal nicht essen. Ah! Da ist bestimmt was drin. Lass. Nee, ich bin hier runtergeraucht und da zieht man das. Was soll denn? Das zieht doch echt gut. Ja, ich bin hier mit der Treppe so runtergeraucht. Ich glaube, da sieht man alles. Boah, das Spiel ist kacke. Das verarscht mich. Ernsthaft. Da ist schon wieder was drin. Ja doch, ich sammle das ja. In Thailand, da waren tausende von Kugeln. Aber hier ist in jedem Kugel ein Ding drin. In jedem zweiten Kugel. Eine Überraschung. Boah, da bin ich schon. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht! Ah, kacke. Nicht schon wieder, ey. Da bin ich... Als ich dahin fuhr, bin ich runtergefallen. Als ich wieder zurückfahre, fahre ich auch wieder rein. Nee, warte. Nicht mehr. Da. Warte, wo sind all die Toten hier? Die lagen Toten oben. Jetzt ist hier kein Toter mehr. Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist komisch. Ja, nicht mal. Hey. Moment. Ah, na. Da muss ich ein Koffi raufschrauben. Nein. Die muss ich n... Oh nein. Nein. Wie soll ich denn da rüberkommen? Hilfe. Äh. Scheiße. Äh. Ich hab kurz wieder zurückgefahren, nur um zu sehen, dass es hier zu klappt. Äh. Vielleicht kann ich schon den Köpfen mit dem langen Speicherpunkt. Ich fahre hier gleich runter und bin tot versorgt. Nein. Was sagt unser schlaues... Ich hab den Toten runtergeschraubt, sodass nur ich den burnen kann. Hilfe. Diesen Maya-Kalender kann man irgendwie ausrichten. Aber es scheint ein Teil zu fehlen. Jetzt kommt's. Ich muss den steinernen Jaguar-Kopf finden und hierher zur Kalenderstatue bringen. Moment. So. Da, damit wir ein, damit Missfällnis nicht benachteiligt wird. Also hier unten war ich. Da möchte ich nichts sehen. Ja, ich muss irgendwie da rüberkommen. Oder kann ich vielleicht da so rüberfahren? Wir gucken jetzt mal. Vielleicht kann ich ja da rüberfahren. Bitte hoffentlich. Warte. Eine imaginäre Wand, die nicht da ist. Macht Platz. Nein. Okay. Ich bin jetzt hier einfach. Die Schaden muss da aus. Ich bin definitiv falsch. Oh mein Gott. Ja. Ja. Das ist was jetzt. Tja. Ja, da unten hin. Wahrscheinlich da oben hin, aber egal. Ah, ich weiß nicht aus. Ich weiß nicht, wo ich hinbekomme. Kommt hier, blablabla, blablabla. Nein, verdammt. Ich bin jetzt auch schon vor, oder? Hier, genau. Was natürlich die Spielbauer extrem nach oben steht. Halt es. Okay, ich versuch mal was. Verdammt, schade. Geht nicht. Also, komm von hier. Das ist irgendwie da, oder? Ich weiß nicht. Die ist nix. Die hält sich hier nicht fest, die fällt dann runter. Ach, wie komm ich da rüber? Ich fahr einfach mal wieder was. Aber... Ich kann den ja nicht so bewegen, so lange. Ich hab hier nichts rein bekommen. Steig auf. Ah, nein. Oh. Seht ihr das noch zu schafft? Irgendwie das Gefühl, dass da was ist. Okay, ich mag ihn ja verwandt, ja. Soll ich ihn erledigen? Kommt der? Das ist nix, gut. Da kommt nix. Leute? Ne, da kommt nix. Gut, dass da nix kommt. Moment. Ja, und hier komm ich. Weil hier hab ich mit manchen Scheiß erlebt. Und hier waren bis jetzt die meisten Kumas. Ja, hier sind wir falsch. Äh, ja. Oh, jomm, jomm, jomm. Jetzt ist dieser scheiß Kumo komm. Ich bratz den nieder. Ich bratz den kaputt. Okay, dieser Weg ist falsch. Ja, komm. Oh. Ist das kaputt? Oh, das wollte ich nicht. Buh mal. Ja, ist kaputt. Scheiße. Nein, 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 nein. Das war's. Aber das war nicht absichtlich, ja. Also, wenn ihr das Tierschützer denkt... Aber wie konnte ich den überhaupt? Es war ein Unfall. Ernsthaft. Ja, das war ein Unfall. Okay. So. Hurra, wieder in den Kreis gefahren. Mann. Mensch. Da geht's auch nicht lang. Nein, ich sag an, dass wir in den Kreis gefahren sind. Was hat man das auch? Nein, da. Ich muss dann rechts flachen. Ja, hier war ich das. Ich glaub ich mal. Kann ich euch auch nicht besser aus. Ich muss ja maßen vorsichtig. Ich war ich einfach nicht so richtig. Das war's. Das war's. Wenn man geht, geht. Vielleicht geht's auch nicht mehr. Boah. Ja, hätte der Kentschatz in den Kreis gefahren. Oder der Mexikaner, der auch nicht fallen kann. Ja. Ja. Oder wie denn so wie die... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Nee, das ist kein Unfall. Boah. Ich glaub mal, wir kloppen. Nee, das zieht den mehr als in den Schien. Ach. Ah. Was war das für ein Abgang, ey? Oh. Oh. Seht euch das mal an. Ja, frisst Schlau. Ehrlich, ich hab mich gerade so erschrocken, dass da, 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 da Pfieh da ist, ne? Okay, ich glaub, ich überzieh die Zeit und ich glaub, ich mach dann nachher wieder weiter. Ja. Bis gleich.